Alter, ist das schön! It´s a lovely day! It´s a lovely day! Wir sind heute das aller erste mal in die andere Richtung gefahren, nämlich rechts runter. Wir fahren jetzt zum... Wie heißt das nochmal? Zum Aphrodite Rock. Wir haben heute so einen kleinen Road Trip geplant, wo wir noch verschiedene Wasserfälle auch anfahren möchten. Lass uns mal da hochgehen. Hier hochklettern. Doch, das geht schon. Der war auch da oben, 100% Lass mal da hoch auf. Wir müssen mal gucken, ich kann auch hier sogar rumschwimmen oder so um den Felsen. Oder wir springen von da oben runter. Guck mal hier wurde was reingeschrieben. Fabienne inspiziert schon ein bisschen die Lage. Guck wo es am besten hochkommt. Du Schatz, du kommst nicht drumherum. Wir müssen da jetzt wirklich hoch. Weiß schon, dass jetzt hier Aufgabe ist. Check! Und du siehst voll klar. Das ist richtig cool, gell? Ja, richtig geil aussieht. Wenn ihr hier seid, auf jeden Fall kommt hier hoch. Es ist mega geil, mega, mega geil. Und der Aufstieg ist auch echt simpel. Es ist nicht so schwer, wie es vielleicht aussieht. Es ist extrem hoch, aber selbst du bist hier hoch. Ich weiß nicht, wenn man so eine riesengroße Höhenangst hat. Und ein riesen Schisser ist. Kann ich sagen. Ein riesen Schisser ist. Ich weiß nicht, dass sie hochkommt. Oh. Oh. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Es war nicht gerade einfach hier hochgekommen. Aber Wohin Wille ist auch am Weg. Ja, und jetzt muss ich hier runter springen. Das ist aber wunderschön, die Natur hier. Wir sind gerade zum, äh, wie heißt der nochmal der Wasserfall? Melomeres Waterfall. Und der ist richtig gut bewertet, kostenlos. Und die Fahrt hierher war schon wieder mal ein richtiges Abenteuer, gell? Die Straße war super schmal. Man hätte auch nicht mal mehr wenden können. Ich glaube, wir sind fast schon da, oder? Ich habe es doch gesagt. Sollte eigentlich jetzt gleich hier schon sein. Alter, guck mal, wie schön, ey. Oh mein Gott. Guck mal. Alter, wie geil ist das denn? Alter, wie findest du es? Was? Wie findest du es? Schön, gell? Ja doch, wie geht es weiter. Wir sind schon richtig. Ich glaube, wir müssen noch ein Stückchen weiter. Ah, guck mal, da oben ist eine Bank. Wir haben ja nicht Spaß zu trinken dabei. Kannst du noch? Nee. Hier steht. Es sind einfach noch zwei Kilometer. Noch zwei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, ist das schön. Wuh. Ey, der ist richtig schön. Hallo. 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 Yeah, wir haben es geschafft. Genau in der Sekunde, wo wir gerade hochgekommen sind, ist einfach mal die Batterie von der Kamera leer gewesen. Leer gegangen. Leer gegangen. Und ich konnte keine, keine Bilder mehr aufnehmen. Hatte aber zum Glück. Wir fahren jetzt zurück, gehen in den Kleinigkeiten essen. Wir müssen nämlich morgen ganz früh raus, weil wir nämlich morgen die Lisa wieder abholen werden. Und die Kader. Wir haben nämlich morgen was ganz Besonderes vor und ich freue mich schon mega drauf. Ich wollte es eigentlich schon gestern unbedingt machen. Fang mal. Ja, das ist so ganz.